Ich hab ein Stift. Könnte man den noch irgendwie anders benutzen? Was? Naja, weg damit. Komm. Wie, diesen Stift muss auf Papier malen? Ich kann ja nicht. Klick. Wollen wir erstmal Licht anmachen. Was ist das? Schauen wir uns mal auf BundesEis und Sausen. Was ist das? Winkling bla 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 bla. Ähm. Ach, wer das nicht? Wir können es ja selbst lesen. Wir müssen mal eine Runde raus. Mal versuchen die Geschichte noch zu schreiben. Starship. Ne, danke. Das ist interessant. Das sieht mich jetzt nicht so. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das irgendwie der Vater war, weil das sieht eher so aus, als würde das ja dem Vater gehören. Was? Oder meine Schwester? Fragezeichen. Was? Ja, komm, weg damit. Weg! Schwester ist weg. Weg! Damit. Und direkt auf den Haft drauf. Oh, mein Brief! Ich kann nicht lesen! You sweet me that you are newbie to a wonderful young woman. I have had moved then a little time to consider my prayers and my family and my thoughts have often lightened on the development. And in the ten years since we last met, your missing gives me much reasons since this war... ...heute... You're always welcome on Aval Hill. ...heute... ...you know what I mean? ...I don't know what I mean. ...Nah Terence! ...is that my father! ...I'm sorry! ...I'm sorry! ...I need to stop here. ...I'll do something for now. Was ist das denn hier noch so hat? Wenn man in der Nacht mal nach Hause kommt, kann man ja schon alles suchen. Weh! Wui! Bleib offen! Nein! Hm, da nicht. So. Ach, hier ist noch der Aktenschrank. Ist bestimmt... Ah, verschlossen! Ah! Wie? Mein Gott, eine Kombination! Ich hab mal irgendwo eine 2 gesehen, bei der Ente glaub ich. Warte. Nein, oder? Die Ente? Ja, ja. Nee. Ich kann ja eigentlich aufmachen. Hm. Ist das die Bücherei? Ja, ja, ich glaub das ist die Bücherei. Das da sieht verdächtig aus. Ich weiß nicht, was kommt. Jetzt weiß ich wieder was kommt. Ja! Ja! Nein! Ja! 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 Ich muss ja was wert sein. Das ist aber mal verdächtig. A Stranger Under My Roof. Best selling advice for parents of teens. Ich glaube, die haben lieber gelesen, anstatt wirklich um mir zu helfen. Oh nein, nein, ich will es nicht wissen. Nein. Wieso, was braucht es? Ist doch ein bisschen gehindert. Das ist eigentlich 5.000 Kinder, aber dann immer nicht wissen, ob man den letzten erzieht. Wer herumhampelt oder sowas. Hoch. Ja, hoch. Was haben wir denn hier? Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ah, weg da. Was ist das denn? Ich habe mir gleich einen ganzen Vorrat an komischen Büchern gekauft. Ach, mein... Vater ist Schreiber-Lynk. Das ist ja so glücklich. Wie geht denn das denn? Also... A message from our future. Save the president's life. I'll put in the next 24 hours. There will be another attempt. The lines communication and how will the tapes come from today's... Was? Hm... Na... Das soll ein gewöhnliches Müller sein irgendwie von wegen... Weltraum. Da hat man ja schon ein paar Ausführer lesen können, die sind einfach nur wieder hingeworfen, weil die nicht so blöde waren. So. 1963, was soll man das mal probieren? Was? Was? Na, warte! Warte! Nein! Ich will nicht an die Decke gucken. Oh, jetzt ist es langsam echt ein bisschen affig hier. Oh, jetzt ist es aber... You can do better! Nicht wirklich interessant aus. Jfk... What if Jfk... Wasn't Jfk... Dum 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 dum! Ah, alles sehr interessant. Aber... Was ist jetzt eigentlich meine Mission, dass ich meinen Eltern noch wirklich sagen? Dass Sam weg ist? Oder... Ach... Weil die hat ja zu den Eltern nur gesagt, dass sie die nicht abholen müssen. Wäre ich das was freiwillig gesagt? Warte... Feuermäler? Da blieb der ja jetzt schon oft. Na, dann blieb mal weiter. Dann kein Feuermäler... Oh mein Gott! Papier... Stift... Radügen... Was ist das? Fumplette? Ah! Oh mein Gott! Papier... Was ist das? Re-Q... 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 Bunch of Q-Pons! Oh, das ist so schlecht! sept... Offenbar... Richtig, jetzt sick er zur nächsten Tür! Hallooooo! Jooooo! Was ist das die Küche? Muss ich denn dann erst mal eintreten? Plack... Werbücher? Undefinierbar? Das sieht auf jeden Fall aus wie eine kleine süße Bar hier. Ich meine, wer für nicht so eine kleine... ...Parte-Keller-Bar haben. Ach, die haben sie ja schon hier glücklich gemacht. Oh, ich stehe auf jeden Fall das Beste. Kann ich nicht mal trinken? Ach, verdammt. Nein! Ich will ihn lesen! 8. März 7, 76 Dear Mr. Green Boy, I write to inform you that Unfortunity... Three books will be unable to punish you. Follow-up to the Sincere Pugger. Despite how low sales of the Sincere Savior. We went ahead with the publication of the second book in hopes of the Jean Roussel serious catching on. Jean Roussel? War das nicht Blutartel? However... Sales of the second book have in fact... ...behandle... ...behandle... ...sales of the first... ...and saw our stewardship of Serious Master Team. It has been a pleasure working with your future. ...and we hate you because... ...fuck... ...you... ...we hate your future! ...and the wildest Musik again... ...we hate your future... ...is like that... ...what do you think? ...and the books and publications... ...what do you think... A lot of music... ...and... ...where is that still... Oh. Oh, das ist gut, wie auch so ein Tag. Somehow I always knew that someday we'll see through now that it's happened I just can't believe I've done the best I could He's from feeling blue Can't get you off my mind What is this? Voodoo, mildew and can do I didn't know you were here I'm right here looking at you, if it ain't me it's my charity Do you think I'd send you far away I ain't been away I thought you'd stay away from me I'm not a public 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 I don't know Is anyone there? I have something with me I read something But... Eizellers? What? What? What did I have to do? Oh no! There's a plan Of the period Blablabla Hmmm Zyclus Pla Pla Semi Deser Worse Seize To Join So polish Hmmm Ähm... Das ist zu merkwürdig um es zu lesen, ganz ehrlich. Wenn das schon so anfängt mit Sperma und Eizellen und überhaupt und alles, dann ist es zu merkwürdig um es einfach so zu lesen. So, die Lampe geht hier an. Bleck! Oh, keine norte. Och nicht, wohin... Woh, 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 woh... Quitch! 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 Wiercken, quitch. Woh, woh! Na, Papi! Ich wüsste gar nicht was fehlt. Soll ich mich dafür entschuldigen? Was ist das alles? Da liegt noch was. Sollte ich mich zurück zu meinem Haus. Still in der Nacht. Das wäre cool. Ich kann's drive. Es ist ziemlich weit, aber ich kann's drive. So hopefully, das ist alles gut. Sollte ich zurück in meinem Lager, wenn du noch willst. Wir können in der Parking-Lot meet in der 6 Uhr. Samanta. Yeah, I'm totally in. See you clear. Samanta. Kiki, you want to get ready. Ich weiß nicht, was Samanta an jemanden ranmachen wollen. Wollen dann total... Das ist doch... Komm, hör mich ab, hör mich in der Fresse. Darum ist mir ein Arschtreten geschrieben, naja. Ich weiß nicht, was sie sagen. Ich weiß nicht, was sie sagen. Ich weiß nicht, was sie sagen, über die Best Light Plans von Mice und Mänen. Ja. Turns out, es geht auch an Street Fighter. Ich bin ein Arschst. 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 Aber ich habe eine ganze Arbeit, in der Haus zu Hause nicht, in der Wilde. So after I was finished getting my butt kicked I followed them outside while they smoked and that was when she asked me if I was that psycho house girl but then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow.